Gleich zu Beginn regelt die Datenschutz-Grundverordnung, welche Anforderungen an eine Datennutzung bestehen. Im Grunde ist die Sache eigentlich ganz einfach. Daten dürfen immer nur dann verarbeitet werden, wenn eine Verarbeitung auch rechtmäßig ist. Naja, und die Frage ist dann natürlich, wann ist eine Verarbeitung rechtmäßig? Nun, wenn eine der Bedingungen aus dem Artikel 6 Absatz 1 erfüllt ist. Es gibt dabei immer zwei Situationen zu unterscheiden. Liegt eine Einwilligung des Betroffenen zur Datenverarbeitung vor oder eben nicht?